Das sind jetzt Dicks. Müssen die auf dem Boden liegen zum Sägen? Weißt du das? Nö. Weil irgendwie ging's gar nicht. Du musst das Werkzeug halt in die Dings ziehen. Warte. Ich versuch's nochmal. Im Crafting-Fenster, da ist doch eins für so ein Werkzeugsymbol, da musst du die Säge reinlegen und oben musst du halt das Klaa reinlegen und dann. Aber er sagt mir immer noch, es gibt nichts, kommt nichts raus, vielleicht hab ich nicht genug. Von den, von den Dingern hier, mit der Säge normalerweise, müsste es gehen. Also warte, Säge als Tool und Locks, dann macht er nichts. Ah, okay. Ich lass dir die mal fallen, vielleicht kommst du drauf. Vielleicht hab ich's auch falsch im Kopf, aber eigentlich klingt das doch so. Äh, die liegt hier irgendwo? Ich hab sie schon. Okay. Hüpf. Boards, da ist noch ein Stick. Ah, da sind noch Sticks. Warte mal. Wo ist die Wand? Die hast du? Ich. Äh, warte. Ähm, die Wand hab ich. Ja, Moment, wie lege ich die mal hier hin? Moment. Hm? Ach nee, man muss, man muss aus Bord machen die Sticks. Ah, okay. Da liegt die Wand. Äh, wo? Ja. Das ist da. Das ist da. Okay. Dann mach ich jetzt die Wand mit den Support. Reichen die Sticks? Und nochmal, äh, soll ich erst eine Tür oder erst ein Fenster machen? Na, Tür wäre vielleicht sinnvoll, also das müssen wir aber durchs Fenster hinfahren. Weil man braucht eine Tür, um ein Fenster zu machen irgendwie. Deswegen. Hm? Ach so. Okay. Also. Ich find ja die Geräusche interessant. Tadaaa! Hast du schon eingebaut? Ja. Lass uns nicht doch mal sehen. Also das ganze nochmal. Nicht schlecht. Sieht richtig gut aus. Wir müssen dann nur noch eine Tür auch irgendwie reinmachen, glaube ich. Hm. So, was brauchen wir denn noch? Soll ich noch was craften? Ja, aber ich muss kurz überlegen. Du könntest nochmal, wir brauchen nochmal Wände. Und, und dann ein Doorway. Also wir brauchen Wooden Supports, die macht man aus den Stöcken. Und wir brauchen Frames und Pillars. So, wo sind hier Stöcke? Hier, also ich hab hier schon eine Stöcke. Ah, hier. Ich hab für die Beleuchtung gesorgt. Okay, gut. So, also. Crafting. Was braucht ihr noch mehr? Mehr Supports oder was? Ähm, Supports haben wir. Wir brauchen jetzt. Also hier liegen Supports. Wir brauchen jetzt noch Pillars. Ich weiß grad nicht mehr. Wie macht man die nochmal? Ähm, endlich. Okay. Aus Supports, dachte ich. Ähm, warte. Aus Supports und einem Board. Ah, okay. Also ich soll jetzt Supports machen? Ja, nimm dir die Boards und nimm dir, ähm. Und dann mach ich mit den Wooden Pillars zusammen, mach ich dann. Mit Wooden Pillar und, ähm. Und Board. Ne, aus Wooden Support und Board machst du Pillar. Ne, mit Wooden Pillar und Frame machst du eine Wand. Ah. Und mit der Wand und dem Support machst du einen Doorway. Okay. Also du sollst Frames und Pillar. Also ich kann dir jetzt sagen, was ich jetzt habe. Ich habe jetzt Wooden Support, ich habe Board und ich habe einen Wooden Pillar. Hier sind Pillar. Ah, du hast schon Pillar. Sehr gut. Eine, eine habe ich. Dann nehme ich die hier. Ja, die Maria hat tausende gemacht. Kann ich tun? Nehme ich mal. Und was hatte ich gesagt? Frames. Und Frames ist, wenn man hier die Locks einfach bis zu Ende durchmacht. Warte, ich mach welche. Ja, mach die welche, genau. Niemand am Verhungern, niemand am Verdurst. Und hier sind Frames. Ähm. 55% Hunger, 40% Dost. Oh, ich kann es nicht mehr tragen. Ich hatte hier Tomaten hingelegt, aber irgendwie sind sie weg. Ja, ich hab die andere eingesammelt. Aber ich habe eine Kartoffel, die ich dann essen kann und ich habe auch noch eine gefüllte Wasserflasche. Fuck, irgendwie zu viel, die muss ich... So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was ich jetzt machen soll, was ich jetzt craften. Soll. Einen Moment. Frames, kannst du mir mal bitte die zwei Ducktape fallen lassen? Einen Moment. Ich mach erstmal Wände. Oh. Post schon gemacht. Hier sind zwei Wände. Wände müssen wir zusammen machen. Warte, ich lass dir auch das Ducktape nochmal. Mal halt hier raussuchen. Ich nehme mal nochmal die Wände. Und die Wände... Moment. Wir müssen zusammen mit Wooden Supports sagen doch hier auch irgendwo, oder? Hier, genau. Dann nehme ich mal... Also einen Wunden Support kann ich dir noch geben. Und... Support. So. Also eine Tür mach ich jetzt noch hin und dann... Jetzt tun wir... Jetzt tun wir... Noch ein Fenster. Also das ganze... Wir brauchen nochmal eine Tür. Jetzt ist meine Waffe wirklich übertrieben. Was hast du denn da gemacht? Ich hab dein Fernglas dran montiert. Wie schlecht. Und einen Wooden Support. Hat aber keinen Rotpunkt. Okay. Seltsam. Ich glaub ich mach wieder mein Standardvisier dran. So. Jetzt hab ich... Willst du deine Seege eigentlich wieder haben? Nö. Jetzt hab ich ein Fenster. Achtung. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch einmal... Das ist aber wie eine Tür, da kann man durchlaufen. Ja, ich weiß. Wir müssen dann noch Türen und Fenster und sowas noch rein machen. Auch das können wir da noch rein machen. Aber wir brauchen noch einmal jetzt... Nochmal... Doorway. Sagen wir doch mal. Ich stehe hier so nützlich rum. Sagen wir doch was ich tue. Also warte. Ich muss kurz überlegen. Ich sag's dir jetzt genau. Anki, wir ziehen los und organisieren dir was zum Anziehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, also... Okay. Ich muss jetzt noch... Wobei ich kurz in Erinnerung rufen möchte. Allzu lang geht's nicht mehr heute. Tomaten. Achso. Ja, dann waren wir erst noch fertig. Und ich muss dann noch was essen und was trinken. Ich hoffe, es ist dann schon was fertig. Ja, Tomaten. Kannst du mir welche hinlegen? Also du musst machen... Die Tomaten sind noch wieder bereit zum Ernten. Guck mal, ob hier noch Säulen rumliegen. Säulen, die heißen... Wooden Pillar. Ich habe einen... Wooden Support und einen Wooden Pillar. Okay, ein Wooden Pillar und zwei Wooden Frames. Geben eine Wand. So, Wooden Frames sind wo? Ähm, das sind die... Einfach mal durchgerannt. Ähm, Moment. Da musst du einfach hier so noch mehr... Äh, auch jemand tun? Da nimmst du mal die Boards und machst die bis zum Ende. To practice die einfach immer weiter. Dann müssten eigentlich Frames rauskommen, glaube ich. Wo sind denn die Tomaten? Im Haus. So, Crafting... Und... Boards. So, da kommt Wooden Plate. Ja, und dann mach mal weiter. Dann müssten Frames kommen. Hat jemand noch eine Wasserflasche, die ich kurz leihen kann? Boah, hat er... Ja. Alles klar. So, Wooden Frame. Sagt das, du brauchst mal, ja? Genau, und die Wooden Frames mit den... Mit dem Pillar. Mit dem Wooden Pillar. Einmal, das müsste... Müsste eine Wand geben. Moment, das nehm ich erstmal raus. Wasser liegt hier. Danke. Und Craft. Ich hab einen Wooden Pillar und einen Wooden Frame. Oder brauch ich zwei Wooden Frames? Zwei Wooden Frames. Zwei Wooden Frames. Am besten ist echt der Cabbage. Weil den kannst du ganz nah aneinander... Hä? Wo ist der? Habe ich den fallen lassen? Äh, Tatsache. Hier liegen sie. Ich bräuchte eine Flasche. Ja, komm, ich bin ja auch grad am Brunnen. Jetzt sagt er nur Space? Ah, okay. Alles klar. Ähm, ich lass mal... Was lass ich denn mal fallen? Ich brauche jemanden. Ich brauche jemanden Katana. Ich würde eins nehmen. Dann komm mal her. Ich leg das mal hier ab. Ja. 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 Geht's grad nicht. Unter den ganzen Zeugs da. Ich bin auch. Ja, hab schon. Danke. Bitte. So. Item Added. Crafting. So, Wooden Pillar war das? Ach. Und zwei Plates, richtig? Und Frames. Wooden Pillar und Frames. Äh, meine ich ja. Ach so, Frames. Ne, Frames hab ich noch nicht. Brauchst du noch? Dann musst du noch die Plates, glaub ich, einfach weiter craften. Müssten Frames rauskommen. Dankeschön. Tatsache. Kann grad der Jacques wiedergeben? Jetzt hab ich zwei Wunden Frames. Okay. Und die machst du jetzt zusammen mit Pillar, dann müsstest du eine Wall kriegen. Äh, Wunden Pillar. Ja. Nackig mit dem Bauarbeiterhelm und Kraft. Woodwall. Ja, bitte. Und jetzt kommst du hierher und nimmst den Wooden Support. Hier? Ja, die Wooden, einen Wooden Support. Ja. Und machst daraus einmal Doorway. Okay. Also, aus dem Wooden Wall. Und aus dem, äh, Support. Richtig? Ja. Wunden Doorway, ja. Dann müssen wir daraus nur noch ein, und das müssen wir gleich, warte, da müssen wir noch ein. Wooden Window. Äh, nein, wir brauchen, ähm, oder? Warte mal. Ähm. Ja, ein Window. Okay. So, jetzt hab ich ein Wooden Window. Genau. Und das, ähm, machen wir jetzt noch da drüben dran. Damit unser Haus mal, erstmal zu ist. So, erstmal Licht ausgemacht hier. Ja. Also, du nimmst das in die Hand, und dann siehst du's, und dann mit Mausklick kannst du's dran machen. Also, quasi Equip. Mhm. Dann seh ich's. Da muss ich's rein. Muss grün sein. Also, das muss hier schon zwischen die Säulen. Ah, alles klar. Jetzt seh ich's. Mhm. Und dann mit Mausklick. Mhm. Ja. Ja. Okay. Wahnsinn. Jetzt, äh, das nächste Mal können wir noch gucken, was wir machen. Wir können zum Beispiel dann noch hier, ähm, den Weg nach oben machen. Und können auch auf dem Haus noch, ähm, so, ähm, Plattformen machen, auf denen wir noch Gemüse an, ähm, anpflanzen können. Cool. Gefällt mir. Und ne Garage. Und ne Garage können wir dann machen. Und keine Ahnung, was noch. Und wir, aber wir sollten vielleicht noch irgendeine Crate oder so machen, damit wir, ich weiß nicht, ob die Sachen verschwinden, die wir jetzt schon gehauen haben. Das weiß ich jetzt leider auch nicht. Ich glaub schon, dass die verschwinden. Ja. War es nicht letztes Mal so, dass wir da irgendwie auch Zeug hingelegt hatten und es waren weg, bevor wir die Kisten hatten. Ja, ich glaub auch. Deswegen schau ich jetzt mal kurz, wie man noch eine Kiste macht, kurz. Ist hier jemand mit dem Auto unterwegs? Ja. Ich hab dir kurz was zu anziehen geholt. Niemand soll hier frieren, was da ist. Okay. Okay. Ja, ich finde das ein Anzug und ne, also das da am besten passt, hab ich gedacht. Ich hätt aber auch noch ein blaues Shirt, wenn dir das lieber wär. Ein Anzug hier. Ja. Boring Pins. Passt du schon mit dem Bauarbeiterhelm. Na danke. Ich dachte ich. Ich hätt auch noch so ein blaues Shirt, wie ähm, ich glaub die Marie hat so eins an, ein Red Shirt und so. Boring Suit. Na klasse. Dann bist du die Bauaufsicht. Ja, genau. Na, das passt doch. Na, wie seh ich aus? Äh, was ist am besten? Eine Chest, ne? Ich glaub ja. Wahnsinn. Sieht wirklich aus wie die Bauaufsicht. Eine Trait und drei, also wir brauchen zwei Wooden Frames und drei Wooden Cross. Aber falls dir Blau lieber wär, den konnte ich auch noch mitnehmen. Hast du das schon wo? Es geht schon. So, liebe Leute, aber ich werd mich jetzt ausloggen. Ja, wir machen nur noch eine Kiste und versuchen so möglichst viel von dem Zeug noch reinzupacken, würde ich sagen. 6 Plätze hat das. Das war doch echt spaßig. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so amüsant ist. Ja, du siehst echt gut aus mit dem Bauarbeiterhelm und dem Anzug. Okay. Okay. Alles klar. Dann sag ich mal tschüss. Dann hoff ich demnächst nochmal, dass wir öfter nochmal zusammenspielen. Ja, klar. Und genau, wink mal nochmal. Sag mal tschüss. Hier hab ich auch schon ein Bett hingebaut, falls du da schlafen möchtest. Cool. Genau. Das kann das nur ich. Dann bis demnächst. Ne, man kann's claimen, glaub ich. Bis dann. Tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss. Ciao.